Aaaaaaahhh! Aaaaaahhh! Sch**e! Alter! Ich halt.... Ich halt da schon drauf und dann... das ist doch so viel einfacher war das ganze ja auch du scheiße gekommen Ah, das ist ein Relang. Ah, Mann. oh oh jetzt aber lauf doch du gangster was machst du denn alle man ist unglaublich Lass mal laden hier. Ach, Scheiße, zu blöd. Ich brauch gar nicht das Aufstehen. Ah, endlich mal wieder Munition. Mann, 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 Mann. Das ist nicht gerade wenig, was da als Gegenwehr kommt. Mann, 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 ey. Hätte ich mir jetzt da so nicht träumen lassen. Das Spiel hat es ja richtig, ey. Geil, auf jeden Fall geil. So ein Fenster gucken. Snipe Trepp hoch. Was haben wir hier oben? Ach, hier ist nichts mehr gewesen. Das wäre Sackgasse, alles klar. Raus. Raus. Krass, wie heftig das gemacht am Spiel. Ja, da müssen wir... Ja, ist mit Smiley drauf. Genau. So, nochmal. Munition für Panzerfaust. Alles klar. Hm. Ich bleib doch lieber bei dieser schönen alten. Dies war etwas schwerer, aber da war... Verlass. Da war, äh... Flink aufnehmen. Das ist schrotflint, ne? Also schrotflint, ne? Na, 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 na. Na, 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 na. Ar 네. Oh, okay? Oh nein! Oh nein! Das ist schrotzlieber noch. Stellung halten, äh, du bist ja lustig. ach schalte man, ich guck mal in die falsche richtung was zum geier es sind doch so viele da da sitze da geht die gar nicht kaputt ach kacke, das hat nichts gemacht was war für ein Arsch oh na was hat sie denn da hey stop, ich hab das Ah, ich muss auf das Rote in der Mitte ziehen. Das muss ich aber auch mal einfach sagen, ey. Ach, die Scheiße. Ah, lass doch. Ich glaube, die explodieren. Warte mal. Nicht die Richtung, die Richtung. Danke. Danke. Boah. Wie sieht das? Ha? Ich bin ja noch von da. Oh. 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 Tschüs. Ah. Ah. Oh Mann, oh Mann. Das zumal für. Ah. Ah. Oh Mann, oh Mann. Kannst du noch was sagen, wie ich das da machen soll? Scheiße, jetzt komm ich ja nicht raus. Oh, oh Ach man ey, ich muss jetzt da so rumzapfeln die Säcke. Alter, lass doch mal stehen! Kommen die denn alle weg? Ich muss doch wieder hinten einen auf den Sack, ey! Boah, ich muss aber laufen, du! Boah! Häftig, was ein Game, Alter! Ja, komm schon! Ey, jawoll! Wuhuuu! Wie soll ich denn hier? Oh Scheiße, Alter! Oh Scheiße! Boah ey! Heftig, ey! Kills durch Sprengstoff, 32, Genauigkeit von Schüssen, Spielzeit 47 Minuten unter 12.900, 81 Prozent, gesamte Schussentfernung, 1000, oh! Alter, wo kommen die alle weg? Dann ist ja nicht mehr normal! Boah, heftig ey! Ne, ich höre jetzt an der Stelle erst mal auf. Den Kontrollpunkt werde ich denn neu starten. Ich werde jetzt mal aufhören. Und ja, es geht auf jeden Fall weiter. Boah, heftig ey! Okay, also Leute, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Virus. Ciao, ciao! Kontrollpunkt deutsch da, äh, jawoll! Diese, äh, ist ja mal der letzte Müll. Ich werde aufstoßen, Alter, woher auch immer. Fällt mir überhaupt nicht. Liegt eigentlich voller Munition. Aha! Ja, ich bleib mal bei der, bevor ich jetzt wieder wechsle. Was ist das? Ne? Konate aufnehmen. Ich bleib hier, was soll ich sonst mal? Typ 99 aufnehmen, was ist Typ 99? Ist die jetzt, ist die jetzt anders als die andere? Okay, keine Ahnung. Diese Maschinengewehr ist der letzte, also, irgendwie... Machen wir erstmal wieder mit dem Colt weiter. Das ist wirklich scheißig, ist... Ach, ich komme nirgends mal. ... 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 hier ist nix wo du dich irgendwie verstecken kannst alles ein offenes gelände du sollst das maschine werden was machst du denn immer diese scheiß scharfschützen und pistolen geweckt ist dieser wechsel gerade ist aber ich nervig wo schießt denn er hin alter das trifft ja nicht ein einziges mal mit diesem scheiß maschinengewehr das ist ja der letzte müll da denkt man die steuerung geht aber ziemlich schnell putsch und war weiter weg hier alter trifft doch mal das ding trifft ja nicht mal was ist denn das für ein scheiß alter beim letzten vergangenen da sind wir einfacher ich kapiere das nicht ja genau alter dann ist das scheiß ding auch noch wieder leer alter 50 diese scheiß knarre die bringt überhaupt nichts ich kann mir aber jetzt nicht leisten es ist das ganze vergessen absolut vergessen ach man da kommen wir haben ja noch ein bisschen zeit wir können ja noch ein bisschen wenn ich da oben irgendwie eine chance hätte mal gehen wir mal kaputt was ist bei dir denn so jetzt kommt die nächste welle was ist das ich muss hier raus glaube ich das ist gut Cuandoît wo dieボantinnen ich habe ich jetzt mal nach wie wo 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 Munition Lea, bist du schwanger? Ach, keine Chance, keine Chance. Ich, was... Wo ist der jetzt hier? Okay. Dreh dich da nicht so schnell, Mann. Irgendwann Bewegung bleiben, irgendwann Bewegung bleiben. Ja, Munition Knappheit, ah. Ja, ja. Was will ich, was soll ich denn machen? Ah, wuppt. Ja, ja, ganz toll. Richtig geil. Richtig geil. Na, super. Oh, eine Richtung muss ich mich entscheiden. Okay, ja, es kommt wieder so eine Geile Säne. Wow. Oh, das ist geil. Oh, das ist geil. Warte mal, nachgeladen ist er. Da habe ich noch sechs Schuss von der. Den lasse ich jetzt noch leben. Waffe leer, ja. Ich muss mal... Geh doch mal weg hier. Diese Bugs hast, wo du nichts irgendwie... Was? Ey, wie war die Scheißmaschinenpistole wieder? Boah, hier kannst du ja nicht mal an dem Tisch oder Schiene vorbei. Ich komm auch hier nirgendwo irgendwo rein oder raus, ey. Also, für das Moped, das wäre jetzt auch was. Nee, ich lasse ich erst noch leben. Ich will mich hier umgucken. Das ist für sonst... Munizung für MP40. Ah ja, ist gut, ist gut. Lalalalalalalalalala. Da komm ich jetzt nicht rein. Klar, dass man, wenn man sagt, man hat jetzt eine Horde eliminiert, äh, dass man dann eventuell, ähm... Scheiße, ey. Nix. Auch nix. Nix zum Hochklettern oder irgendwas anderes. Richtig doof gemacht, richtig doof. Du hast keine Chance hier, irgendwie dich, äh, richtig zu verteidigen. Sonst kommst du ja die nächste Welle. Nimmst du wieder nach. Ja. Man kommt doch nicht oben ins Haus rein. Irgendwo in der Treppe, irgendwas, nix. Was? Filmt aufnehmen. Nein, die hat mich ja gerade. Oh, mein Scheiß. Ah, wir haben A-Skade gerade mehr geschossen. Nicht, dass sie wollen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist nicht mehr... Warte mal. So, halt mal hier, warte da. Ich kann... Kontrollpunkt, okay. Und was jetzt? Kannst du dir jetzt sagen, dass ich schon fertig bin, ey?